Wir Kinder brauchen eigentlich nicht viel für glücklich zu sein. Wir brauchen keine riesengroße Parkour, nicht mehr spielen wie wir wollen. Wir brauchen keine grosse Troms oder Musse oder Ziegen, die keinen Platz finden. Wir brauchen kein riesengroßes Einkaufzentrum, das wir uns verlassen und die Mama nicht mehr finden. Wir brauchen keine Karte, Leidung, die wir kratzen, weil wir zu früh ein grosses und kleines Häusern haben. Wir brauchen keine überfüllten Strasse, die wir uns nicht sicher fühlen. Ja, oben noch in der Sonne haben wir alles, was wir brauchen. Hier in Ausserberg. Ausserberg.ca Ein guter Wolf für schulpflichtige Kinder. Ein guter Wolf für schulpflichtige Kinder. Ein guter Wolf für schulpflichtige Kinder. Ein guter Wolf für schulpflichtige Kinder.